Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2, Deadfire. Ja, wir waren immer noch in Perikis Aussichtspunkt unterwegs. Oh, sucher schlechter Überlebender. Das sollte ich mir mal ansehen, ja, aber ich schweife gerade ab. Und zwar, wir hatten hier... Was ist das exakte Sinn-Schreiben? Ja, genau, dieses exakte Sinn-Schreiben sollen wir zu Icisa bringen. Oder Icisa mal ausfragen. Und die arbeitet doch netterweise hier in der Schmiede. Ich hab nachgeguckt, ja, ich geb's zu. Einfach, weil wir schon so lange in dem Spiel sind und ich jetzt nicht Zeit damit vertrödeln wollte, den gesamten Aussichtspunkt nach dieser einen Person zu durchsuchen. Und dann als letztes darauf kommen, dass sie doch in der Schmiede ist. Ja, das ist sie hier. Du hast etwas, mein Freund, etwas, das wunderhübsch glänzt und funkelt. Die Zwerge nähert sich dir die Luft um sie herum, riecht scharf nach Öl und Metall spähen. Sie schiebt deine Hand in deine Tasche und rutscht die Stirn. Leer zieht sie die Hand wieder aus der Tasche. Frech schnürt sie dein Bündel auf und schaut hinein. Äh, machen wir mal sie arbeiten lassen. Hm, sie beißt sich auf die Lippe und betrachtet unschlüssig deine Ware und deine Ausrüstung. Du führst also auch ein Traumtagebuch, deswegen musst du nicht rot werden. Im Vergleich zu meinem ist das doch gar nichts. Mit einem Lächeln legt sie das Tagebuch betrunkener Ergüsse eines Eotasianers beiseite. Au, irgendetwas hat mich gebissen. Sie zuckt zusammen und reist ihre Hand zurück. Konzlerhauts Schädel gibt ein schadenfrohes Kichern von sich und vergräbt sich in einem Haufen Münzen. Ihre Augen weiten sich. Was für ein merkwürdiges Metall, was hast du denn sonst noch so für mich? Sie gibt dir Erisielas Hoffnung zurück und wühlt weiter deinen Besitztümern. Ja, weil ich es, was heißt vor kurzem, es wird sich auch schon eine Weile her beendet haben. Nämlich Balthus G2 erinnert sie mich gerade irgendwie an meinen Schmiede-Impf aus dem Throne of Baal-Add-On. Vielleicht kann ich etwas Hübsches, Glänzendes für dich daraus schmieden, wenn du mir mehr von diesem seltsamen Metall bringst. Sicher kann ich dir das erst, sicher sagen kann ich dir das erst, wenn ich es in den Händen habe. Warum interessiert du dich so sehr für meine Besitztümer? Ich versuche dir, du wirst nicht lachen. Versprichst du mir, dass du darüber nicht lachen wirst? Du musst wissen, es hat alles mit diesem Traum angefangen, den ich hatte. Sie wendet den Blick ab und hustet leise. Alles, was ich erinnere, ist, eine Frau hat diese Satchel öffnet und mir drei Schmiedschen dunklen Metall. Sie hat mir gesagt, dass sie sie verloren hat, aber wenn ich meine Augen öffnete, werden sie wieder einen Tag gefunden werden. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie eine Frau diesen Beutel geöffnet und mir drei Stücke dunkles Metall gegeben hat. Sie erklärte mir, sie habe sie verloren, aber wenn ich meine Augen aufhalten würde, hat sie mir versprochen, würde ich sie eines Tages wiederfinden. Als ich sie in den Finger bekommen habe, war es sofort mein Plan, die Stücke zusammenzubringen und mir eine Belohnung für meine Mühe zu beschaffen. Ist das nicht eine werkwürdige Bestimmung, sie kratzt sich aber hinter den Kopf und zuckt mit den Schultern. Ich war noch ein junges Mädchen, als ich diesen Traum hatte, aber es hat sich in mein Gedächtnis eingegraben, wie ein Schleim, als ich in sein Nest bohrte. Wenn du also irgendwelche gewöhnlichen Metalle findest, bringst du sie zuerst mir, ja? Kannst du aus meiner Ausrüstung irgendwas schmieden? Das weiß ich erst, wie ich alles genau betrachtet habe. Sie reibt die Hände gegeneinander, beugt sie vor, um deinen Besitztüber zu begutachten. Die Augen weisen sich. Mhm, okay, das hatten wir jetzt alles schon. Was ist mit den Attentätern? Wir haben ein paar Attentäter aufgelaut, die deinen Namen erwähnt haben. Ach ja, tatsächlich, ihre Mundwinkel zuckig. Oh, viele Leute kennen mich. Und viele Leute sind nicht ganz nett. Aber du solltest alles wissen, dass du das, sehen, dass du bereit bist für einen Kampf. Nun, ich kenne eine Menge Leute, und eine Menge Leute sind nicht unbedingt immer nett. Aber das solltest du am besten wissen. Schließlich machst du dich ja gerade für einen Kampf bereit. Den betrachte ich mich für die Prüfung von Kopf bis Fuß und Nick zustimmend. Und was tust du hier? Ich verschmelze in vorwiegend Metall, stelle Kettengelenke her und repariere beschädigte Helme. Es ist langweilig, aber es hält mir die Gläubiger vom Hals. Wenn mich Abidons Inspiration erfasst, kann ich aber auch Dinge zusammenspielen, die mehr Spaß machen und weit augenfälliger sind. Das weiß jeder. Ich brauche nur die richtigen Metallmaterialien dafür. Dann lebt mal wohl. Hm. Okay. Okay. Dann wäre das jetzt auch geklärt. Ich frage mich gerade nur, welches Metall sie meinen könnte. Den Schwarzholzstamm sicher nicht. Godkillerum auch nicht. Und die verseuchte Kuiki, denke ich mal, auch nicht. Die Taureausrüstung sicher auch nicht. Splittert es nichts? Ja, okay. Ja, ich habe noch Questgegenstände hier. Mit dem gefälschten Vertrag. Und hier habe ich irgendwo, ja, Konzelhauts Schädel. Was war eigentlich mit dem Pirschumhang? Der ist, glaube ich, für Maja, wenn ich sie mal wieder in Gruppen habe. Die kann ich mal wegpacken. Und die Diebeskits auch. Ich weiß, du warst etwas anderes von Aethas. Und ich war auch. Ich dachte, für sicher, dass ich meine Antworten habe. Jetzt weiß ich nicht, was zu tun. Und du wirst etwas finden. Etwas, das dir zu dir fühlt. Ich glaube, ich werde dann nicht gut sein. Danke. Ich weiß, du hast etwas anderes erwartet. Das hatte ich ebenfalls. Ich bin nur ganz sicher davon ausgegangen, dass ich Antworten erhalte. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Dir wird schon irgendetwas einfallen. Etwas, das für dich das Richtige ist. Genau das werde ich mir also wünschen, schätze ich. Danke. Gut, dann schließen wir das Thema mit dem Vorwärtsspringen mal ab. Und ja, dann haben wir hier unter Dieben... Und das letzte Manöver. Also, nur Ikaro hat eine letzte Aufgabe für mich. Ich meine, eine Allianz mit der Gesellschaft besiegelt, gibt es vermutlich kein Zurück mehr. Ja, und das hier ist auch eine gute Frage. Da würde ich gerne bitte in den Turm der Seelenseer. Mehr, da gehe ich erst mal vor Ronte Hallo sagen. Wegen dem... ...der kleinen Sache mit dem fliegenden Henker. Ich bin eigentlich schon eine ganze Weile darauf gespannt, mich mal mit dem fliegenden Henker anzulegen. Oh. Na, hier sieht es nicht gerade schön aus. Hm, schicker Säbel hier doch. Okay. Während meiner Aufwesenheit ist viel geschehen. Der Turm wurde angegriffen. Wer auch immer die Angreifer sein mögen, sie haben kein Interesse an Gesprächen. Ich muss mir den Weg freikämpfen, wer ich Floor helfen will. Gehen wir mal hier helfen. Gehen wir mal hier helfen. Gehen wir mal hier helfen. So, dann nehmen wir die Sache mal ein bisschen ernst. Jetzt ist es los. Ja, du bist halt dumm, Schrood. Puh! Ja! Ja! Sorry, friend. Ich kann nicht. Ja! Also, helme Gott, oder Wook die nächste Woche... ...die du takes aim at mir! Ja, ja? So, den da. Töten. Und der ist weg. Das Rad hole dich, Wächter. Der Mann hält sich seine Wunde und grinst sich blutverschmiert an. Geh in Frieden. Der Mann ist nicht mehr in der Lage zu reagieren, falls er dich überhaupt gehört hat. Ohne weiteres Aufheben haucht er sein Leben aus. Ein gedämpftes Klappern lenkt deine Aufmerksamkeit auf die Nahe Truhe. Ach, da hat sich Flo versteckt. Madiko, ich dachte schon, ich wäre erledigt. Diese entsetzlichen Rohlinge. Jetzt schaut ihr an, was sie getan haben. Sie haben alles versteckt, wofür wir so hart gearbeitet haben. Und alles nur wegen ein paar Münzen. Nun, sie haben nicht lang genug gelebt, um es auszugeben. Das ist mutig von dir, dich wie ein Feigling zu verstecken. Geschicht vor der Todeskündiglichen Todesfolgegesellschaft möchte ich annehmen. Du glaubst, sie sind selten. Jemand verwischt gerade seine Spuren. Gern geschehen. Du glaubst, sie sind selten. Ohne Zweifel. Offener Krieg ist den Handelsgesellschaften zwar verboten, das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass wir voreinander sicher sind. Das ist ein ziemlich kühner Schachzug. Selbst wenn die Königin hier Todesfolgegesellschaft erscheint, geht ihnen die Geduld aus. Und schaut ihr unsere Maschinen an. Wir werden hier aufräumen, um uns um die Verwundeten zu kümmern. Dann begibst du dich am besten zu den Büros und sagst dir Bescheid, was hier passiert ist. Ja, ich kann jetzt Kastol informieren. Oh, lebendes Eisen. Ist immer schön. Jede Menge Kupfertheos. Die Leiche hatte nichts. Zauberbuch eines Wettermagiers und noch mehr Kupfertheos.